Der dritte Straßenpreis im Oktober geht nach Delmenhorst in Niedersachsen. Im Postcode 27755GH freut sich gleich unsere Gewinnerin über insgesamt 10.000 Euro. Einen wunderschönen Dummstrauß. Und ich bin schon sehr gespannt auf Ihre Reaktion. Guten Morgen. Morgen? Überraschung, hier ist die Deutsche Postcode-Lotterie. Oh, meine Güte. Komm gerne mal mit. Ja. Na du, dann spann ich dich nicht länger auf die Folter. Du darfst jetzt gerne mal den Scheck ziehen. Oh, Wahnsinn. Also ehrlich, da hätte ich ja gar nicht mit gerechnet. Man denkt ja immer nicht, wenn man so ein Los kauft, könnte ja sein, dass es irgendwann mal irgendwas wird. Aber da rechnet man eigentlich überhaupt nicht mit. Und wenn das denn ist, dann ist man total erstmal wach. Geflasht. Kann man auch sagen. Kann man auch sagen. 10.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch von uns, von der Postcode-Lotterie. Wahnsinn. Darf ich mal eben so machen. Ja, das ist toll. Ich freue mich sehr. Ja, wir werden mal schön essen gehen heute. Brauche ich selbst nichts machen. Dieses Los habe ich seit anderthalb Jahren und im Grunde genommen habe ich das so nebenher laufen lassen. Ich war also nicht unbedingt darauf aus, dass da was von wird. Deshalb bin ich total überrascht. Also, ich kann das irgendwie noch gar nicht fassen. Ja, ich kann nur jedem empfehlen, auch so eine Los zu kaufen. Je größer ist die Möglichkeit, dass man da tatsächlich auch mal überrascht wird. Vielleicht kaufe ich sogar noch eins dazu. Ja, ich kann alles zuferschauen. Ja, ich kann das sowas. Vielen Dank.